Y Okay Hoffentlich komme ich hier an irgendwas tolles, wenn ich hier den ganzen Schmarrn auch noch zusätzlich einsam bin Okay, los Habe ich es jetzt richtig rum? Okay, was tut das jetzt? Ach Mist, ich muss ja Aquamenti hier machen Los Es ist immer so nervig, wenn da jemand steht und... Ah Ich kriege da echt immer zu viel Okay, also jetzt wieder auf den Besen Tchie! Ach, Entschuldigung Da muss ich jetzt mal spontan niesen So, ist es schon besser Jetzt war der Besen wieder im Weg Sogar Besen sind im Weg in dem Spiel Unglaubt So Und hier Ich kriege davon leider nichts Ich dachte schon irgendwie, dass ich Vielleicht irgendwie halt Da Bilder schön finde, also von Leuten Ist ja viel cooler gewesen Also Charaktere, ne? Äh, ja, cool Äh, das kann man auch kaputt machen, eindeutig Und jetzt bauen wir das letzte Dingens zusammen Und wir füllen es natürlich Mit Hilfe von Aquamenti Ach, klappt doch wie am Schnörchen So, Schluss Wie nett wisst du, dass wir denen helfen, oder? Jawoll Sehr cool So, und weiter geht's Man ist so voll drin, ey Man will endlich wissen Wie es ausgeht Gut, das wissen wir ja im Endeffekt Aber, ja In Lego-Art halt, wie Habe ich die Punkte noch an? Ja Ähm, kommt da nichts runter? Nein Na gut, dann halt nicht Hallo Punkte Gut Und wir müssen erstmal schauen, wo der seine Punkte hinterlassen hat So Ach, kommt Haut da mal ab Ah, hier runter So Los, 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 los Äh Ich folge den Punkt her Wie so Brotkrübeln Ich hab mich beim Husten nicht gemutet Oh nein Ihr habt mich husten gehört Nein 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 Ja Ja, genau Ja, ja Ach Gott Ich weiß grad gar nicht mehr Ich weiß, bei Snape kommt noch ein bisschen was Die ganze Zeit am überlegen, was noch für Punkte kommen Und so Und so Ne Ich sag die ganze Zeit Ne Aber wenn ich jetzt dann erstmal einige Zeit in Bayern war Sag ich nicht mehr Ne Sondern Gelb Oh Sie Ich 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 Sie Sie Okay, meine Jungs und Mädels. Dann retten wir mal die Lage. Das erinnert mich jetzt hier ein bisschen gerade an Herderringe, ne? Muss ich ja jetzt nur mal sagen. Los, Aquamenti. Wie, erst mal hier das kleine Zeug, weil ich habe so das Gefühl, dass danach dieser Komische hier reinkommt. Und ich will ja zuerst mal hier die Punkte einzeln nutzen. Ups. Dass ich meinen wahren Zauberer auch schaffe. Ups, jetzt wäre ich fast in die kleine Flamme rein. Los, mach die Flamme weg. Und hier, los. Los, 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 los. Hey, das ist auch heiß. Überall ist es total, geht es drunter und drüber. Das ist so. Okay. Hier, ausschütten. Das kleine machen wir auch noch. Jetzt können wir noch eine Pflanze zum Kapuzki machen. Und wir schauen mal da rein. Und da ist gar keine Punkte. Oh, das ist wirklich ein Streit. Also, sind ja ganz schön ein Ausricht gerade mit den Punkten. Das ist ja blöd. Vielleicht wird es dann ein längeres Level. Könnte natürlich auch sein, ne? Ähm. Ne, da kommen wir nicht rein. Gut, dann geht er mal hoch. So. Hier, lass mal alles schön zusammenbauen und so. Ich hab so das Gefühl, dass jetzt gerade ein Upload fertig geworden ist, weil es kurz gehakt hatte. Oder so. Los, kurbel da mal. Du Händchen. Jetzt kommt der Troll bestimmt gleich rein. Ja, was sag ich ja. Der Arme. Einmal. Zweimal. Hier. Das kann man auch kaputt machen. Okay, da bekomme ich nicht wohin. So, hier. Oh, nö, ne? Haut ab. Haut ab. Weg. Blöde Schweine hier. Kommen die immer wieder, ey. Nervig. Nervig ist das. Nervig. Ich will doch meine Flammen jetzt erstmal löschen. Ihr Doofis. Los, das hier auch noch. Hau ab. Kann ich die auch damit verjagen? Hau ab. Hau ab, du. Weg. Oh Mann, jetzt muss ich echt mal eben hier die Idioten vertreiben. Bist du behindert? Bist du behindert? Ob du behindert bist, Ron? Treff doch mal. Mann. Ähm. Hier. Mach die tot. Okay. Tot macht er nicht. Der macht immer nur... Stupa, Stupa. Haut ab. Ähm. Ja, dieses Erklärung mit ob du behindert bist, das habe ich irgendwie in der Berufsschule aufgegriffen. Ich habe schon gesagt, das ist irgendwie... An Niveau kriegt man da nicht zum Teil recht viel mitgegeben. eher anders. Aber nun ja. Ah. Rob. Oder wie er gleich nochmal heißt. Rob. Ey, ne? Aaaaaaah. Ekelig. Aaaaaaah. Scheiß Spinne. Verpiss dich. Aaaaaah. Meine Güte. Doofe Spinne hier. Schlimm. Spinne ist echt ekelig. Ach, mir fällt auf. Jetzt tun sie doch nicht mehr ganz so sehr geizen mit den Punkten. Also hier so ein bisschen erinnert mich das echt gerade an Herr der Ringe. Apropos Herr der Ringe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie abnormal ich freue, dass Hobbit auch in Lego-Form rauskommt. Ich dachte mir nämlich vorletztes Mal beim Aufnehmen oder so. ich weiß nicht. Da dachte ich mir, also ich muss dazugeben, ich rätsel immer gerne. Mensch, was könnte denn als Lego demnächst rauskommen? Mein Tipp ist ja seit langem Narnia. Narnia könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch mal rauskommt. Würde auch gut was hergeben. Und ja, ich rätsel dann immer und ich dachte mir letztes Mal beim Aufnehmen so Hobbit. Das war nämlich kurz nachdem ich da im Kino war. Und dann dachte ich mir, Mensch, was könnte denn rauskommen? Und dann dachte ich mir, boah, das kommt 100 pro raus. Gleich mal googeln. Ob es schon eine Diskussion gibt oder so. Und dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich für nächstes Jahr angekündigt wurde. Und ich dachte mir, läuft. Jackpot. Ja. Nee, echt richtig gut. Da freue ich mich wirklich total. Weil ich muss sagen, dass Herr der Ringe und Herr der Ringe So. Das Herr der Ringe und halt der erste Harry Potter Teil eigentlich so ziemlich meine liebsten Lego-Teile auch waren. Fand ich wirklich total toll. Alter, Fick dich! Oh Mann, ey. Ist ja schon wieder richtig nervig. Haut ab! Wie nervig ist das denn? Das muss ich wieder warten, ey. Dieser Drecksquab, ne? Der kommt immer zu spät. Ist ich jetzt wieder? Das kostet mich ja gerade schon wieder richtig an. Sowas nervt mich dann hier immer. Los, los, verpiss dich, du blöde Spinne, du. Was soll das denn? Was soll das denn? Äh. Äh. Ey, nee. Achso, ich dachte, dass es unser Ding ist. Naja, wie auch immer. Drum, 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 Drum,誓. Da-dum-dum-disch Da-dum-disch Da-dum-dum-disch